In Skandinavien wohnen die Weltmeister im Saunieren, so weit muss man aber nicht reisen, denn mit dieser Infrarotholzsauna holt ihr euch eure Wellness-Oase direkt ins Haus. Die kompakte Schwitzstube passt in jede Wohnung. Trotzdem findet eine Person bequem darin Platz ideal um nach einem langen Arbeitstag so richtig zu entspannen. Die Infrarotstrahlung erwärmt ihren Körper von innen heraus.